Am 26.12.2019 verdunkelt der Mond beinahe die komplette Sonne. Leider ist die ringförmige Sonnenfinsternis von Deutschland aus nicht sichtbar. Wir verraten Ihnen, wie Sie die Sophie dennoch sehen können. Außerdem, die nächsten Finsternistermine. Am 2. Weihnachtsfreitag dürfen sich Astrofans auf ein ganz besonderes Highlight freuen. Wer die ringförmige Sonnenfinsternis sehen möchte, muss allerdings verreisen. Wir verraten, wie Sie die Sophie von Deutschland aus sehen können. In den frühen Morgenstunden des 26.12.2019 schiebt sich der Neumond vor die Sonne. Da die Sonnenscheibe ein wenig größer als die Mondscheibe ist, kommt es nicht zu einer totalen Sonnenfinsternis, sondern lediglich zu einer ringförmigen. Um Punkt 4 Uhr und 36 Minuten fängt sie an. Um 6 Uhr und 15 Minuten erreicht die ringförmige Sonnenfinsternis ihren Höhepunkt. Um 7 Uhr und 59 Minuten ist das Spektakel dann auch schon wieder vorbei. Leider ist die komplette Sophie von Deutschland aus komplett unbeobachtbar. Wer die ringförmige Sonnenfinsternis live vor Ort sehen will, muss dafür in östliche Gefilde reisen. Von den Vereinigten Arabischen Emiraten und dem Persischen Golf zieht sich das Himmelsschauspiel über die Südspitze Indiens, Sumatra und Borneo und endet schließlich im Pazifik. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020